haben wir ein letztes Jahr wir reden von der Dink-Kiste gerade oder von der iCloud-Kiste ja aber wo ist denn die ja keine Ahnung da kannst du eh nicht drauf zugreifen ja ich weiß aber wo ist die wo soll ich denn das wissen ja ich hab gerade X-Ray an und ich seh die nicht Marge ja jetzt mal ganz gut sagen wo deine versteckte Kiste ist ja der glaub ich gar nicht hingebaut Jan hat grad X-Ray an und der sieht sie nicht ne Spaß jetzt grad X-Ray nicht ja ja dumm halt vielleicht hat er noch das alte X-Ray das ist mir trotzdem alles ja aber nicht die Enderkiste weil sie da keine Grafik hat hier drin gewesen sei Elias ja neuner waren sie nicht dran aber du bist nur geworden auf die Idee gekommen dass es da sein soll ja ich hab einfach mal den ganzen Koppelstern abgebaut ja komm komm und ja du bist ja du wolltest doch dein alter Markt bauen ist fertig läuft und funktioniert das jetzt wieder nicht ja jetzt nervt es mich wieder dass diese Scheiß Redstone Kacke immer rum und es geht doch an und hat dann muss man klar man kann nicht mehr ich werde ich sie zerstören ja wir müssen nur wieder acht und zehn fahren und sie dann ach meinst du die oberen Dachboden nein doch ja der Scheiß bei der Mann weil was wertvoll ist wenn ich ach komm jetzt fährt es wieder weg genau bei mir sind halt die Sterne geil wow ja ich hast du das ja genau das ist der Moritz der Morin ähm Wetter Sky Mod den hab ich dann drin glaube ich ja wenn du mit MC Patcher gepatcht hast und es ausgewählt hast dann ja ja hab ich ausgewählt ja und wenn du dann auch noch das Hannibal Texte bei Kasten auf jeden Fall das habe ich ja dann hast du ihn dann endgars ach nee aber der funktioniert glaube ich nur mit MC Patcher ich glaube den gibt es alleine gar nicht ich finde ich voll scheiße weil ich hätte den auch gern wieder und ich will Opti-Fan behalten ja ich kann auch beides nehmen klären nein geht nicht aber auch beides nicht 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 es geht aber nicht nein ging es auch nicht nicht habe ich ja ganz sicher ein MC Patcher gepennt und hatte Opti-Fan kann aber nicht sein ich habe auch mit MC Patcher Opti-Fan gepatcht verarschen es geht gar nicht habe ich aber es ist aber nicht kompatibel miteinander und wie ist das einfach nur erst installieren normal was Opti-Fan ja genau Opti-Fan normal installieren und dann mit das muss ich dann wieder weg installieren und dann geht's was muss ich dann wieder weg installieren ja das ist wirklich ok also bei mir geht es nicht weil da kommt dann eine Fehlermeldung in mit MC Patcher dass bereits mods installiert sind und dass man die über MC Patcher installieren soll ja das muss doch alter wie soll ich das denn bitte machen das muss scheiße ok hm oder ich mach da einfach ein Ende ah Nilias warum hast du denn Kiste versteckt ich bin genau aus dem Grund wahrscheinlich da kann ich nicht mehr zu deinem Haus gehen ich bleib hier jetzt ok 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 so oh man Leeren sind in dem automatischen Hühner drin. Okay. Na dann. Such doch mal ein paar Eier im Ding. Ein paar Eier. Oder du gehst wieder farmen in die Mine. Du könntest echt mal wieder was Sinnvolles nachschauen. So. Hochholz. Oh, ich hab schon wieder 8 Level. Redstone. Redstone. Biliad, können wir hier bei unserem Haus vielleicht irgendwie die Kisten verstecken? Wieso? Weil der Biliad ist, der versteckt auch die Kisten. Ach Gott. Na, 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 na. Das ist aber ein Grund, Leon, warum er die Kisten versteckt. Ja, nehmen wir die Kiste hier, vor der ich gerade stehe. Du stehst vor keiner Kiste. Du stehst vor keiner Kiste. Doch. Wo? Was ist denn? Vor der Wertsachenkiste? Nein, da stehst du gar nicht davor. Lol, warte mal kurz. Oh, ne, was? Oh, ne, stimmt wirklich, bei der Opfer, ne? Das ist so schlau. Lol. Äh. Wir haben das nicht verarschen, ne? Was? Du hast meine Enchantmenter gewollt. Prozent Auge bricht es schnell wieder ein Mann ist gut so ich wollte ein bisschen noch vorhanden gehen oder der Bekanse dass die Verbindung von einem der Mopfalle zur Minecraft-Band machen komm als Maskelett ja ich bin ich bin so mann ja und sterbt jetzt wegen dir diese Heulen ist auch noch zu fast mein Bett abgebaut jetzt du kannst es nicht du kannst dich nicht tippen weil du jetzt nervst mich schon wieder warum kannst du es nicht einfach ja warum das war doch nicht absichtlich nein das muss man sagen war für dann wird es mal so lang gesammelt ups aber jetzt habe ich noch ein Leben ein Level Alter wo geht es denn hier überall hin warum sind denn hier überall solche kleinen Ländler hast Enthil Zeugs eingesammelt ja Enthil Zeugs ich habe gar nicht mehr es fehlt meine komplette Rüstung oh da ist sie ja voll die ist jetzt auch endlich im Arsch oh mein Elias er nervt einfach so derbe Elias guck mal was ich was ich in deinem Haus geplantet habe würde ich lieber weg machen ich weiß dass er nervt ich weiß dass er nervt der Dienst kommt jetzt schießt doch mal Skelette ich bin ich bin ich bin das ist ein bisschen bei mir ehrlich ich bin ja jetzt zu lieben mit dem 1 in der fest als er will das so entschuldigt und und ja und die ganzen Schilder hast du auch noch ich hab keine Schilder Mann Elias jetzt reg mich mal wenn ich aufhär dann wird nur alles abgebaut an den Seiten die ganzen Cobblestone und sie schauen wo die Kiste ist und dann sieht vielleicht alles Schilder abgedroppt ich hab keine Schilder abgebaut Elias nein Mann das ist die Schilder abgebaut und standen in denen sie waren wir haben das eigentlich schon ein Ei aus dem Eitomarkt rausbekommen weiß ich nicht